Runtergefallen Oh mein Naja, wenigstens bin ich in Erdung gestorben, Patrick wenigstens bin ich in Erdung Jo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Minecraft YouTuber Battle zusammen mit der bumsigsten Biene des Universums Hallo, hallo, hallo Bumsdoggy Hallo Doggy, was? Bumsdoggy So Ähm, ich hab schon Also warte, du kriegst die Rüstung, weil ich hab ja eh schon Rüstung Oh, das find ich natürlich sehr nett von dir hier Ja, nö, nice So, okay Ähm, hast du zufällig ne Spitzhacke gefunden oder so? Nein, leider nicht Schade Aber warte mal, hast du Eisen? Hast du Eisen oder Dias? Einen Eisen hab ich Hm, ja, okay, damit kann ich jetzt auch nicht viel einfangen Und ich hab jetzt auch kein, also ich hab nur ne Eisenachst jetzt als Waffe Achso, ja, okay, warte mal Ich, ich hätte halt ein Diamant, aber es bringt mir halt gar nix Wir können uns halt Ah, warte mal, gibt's hier nicht irgendwo ne versteckte Truhe oder so? Ne Ne, ist das nicht bei der Map? Hier ist das doch nicht Ne, hier ist das nicht Scheiße Ähm, oh Gott, die ersten sind schon in der Mitte, wer ist denn das? Oh Gott Ich glaub Phil ist in der Mitte Ja, aber Dr. Banks ist schon mal gestochen Aber unser Ziel ist ja nicht in die Mitte zu gehen, oder? Wir wollen die Leute Ne, ne Ah, warte, 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 wir können uns hier her Bau das, äh, warte mal Ich, ich mach uns angeln, okay? Achso, ja klar Ja Das ist gut so Äh, Essen Wie sieht's aus? Hast du was zu essen, oder? Ja, ich hab was zu essen Wo ist denn mein Lava-Eimer jetzt? Ja, den hab ich dir da hingeworfen, mach doch mal die Augen auf Äh, ich hab ihn, äh, jetzt, äh, nicht gefunden Ach doch Achso So, okay, warte mal jetzt Wenn's denn kaputt geht So wie mein Goldschwert Weil das hat jetzt ungefähr noch 3 Viertel, äh, Halbarkeit Ja, ich bin grad übrigens ziemlich dumm gewesen, wollte ich Ihnen sagen Wieso? Ich falle, weiß nicht Ich hab eine Axt in der, im Inventar und hau, dieses ganze Holz mit der Hand kaputt Ja Anstatt die Axt zu benutzen Ja, das ist natürlich sehr schlapp Hab ich gesagt, dass das jetzt mal wieder eine relativ intelligente Sache war, oh Gott, ey Okay, aber zu uns kommt keiner irgendwie, obwohl, ey Dias Okay, nice Also ein Dias ist auf jeden Fall schon mal top, wenn wir so was hätten Ja, zwei, ja, hab ich Oh, ich hab 44 Coins gefunden, danke dafür Oh, ja, nice, kannst mir auch ein paar abgeben, bitte Ja, nice Achso, hast du? Aber wofür braucht man Coins eigentlich? Eigentlich für die Kids, aber die abgehobenen YouTuber haben ja schon alle Kids, ne? Nein, okay Immer diese YouTuber So, okay, ein Diamant bräuchte ich, ne? So, zwei Dias können wir jetzt machen, zwei Ich mach mal eben zwei Schwerter Okay So, und dann hab ich noch zwei Diamanten übrig Ja, das ist echt nett von dir, danke So, okay, ein Dias-Schwert hab ich Guck mal, da oben, wie die Annie Achso, warte mal, warte mal, du hast jetzt, äh, drei Dias haben wir jetzt noch, ne? Das heißt, warte, haben wir unten gar keine Dias mehr Ah, hier ist noch einer, den ich muss sehen Und oben, oben ist auch noch da so ein Dias Und hier ist auch noch einer, oh, da ist auch noch ein Dias Oh Gott, ich bin so dumm alter Geh du da mal hoch, da oben ist ein Diamant Ja, so, ja, da siehst du den nicht Ja, da ist ein Diamant davon Achso, da Das hast du noch nicht vergessen Der ist ja ganz alleine oben Okay, ich hab Okay, was war Oh, da drüben geht auch schon der Feind Oh, sollen wir uns einmischen? Nein, oder? Sollen wir einfach da drüber gehen? Warte, lass mal rüber gehen jetzt Ja, okay Oh Gott, warte, da kommt auch noch jemand anders Oh, die haben auch ne Angel Pass auf, pass auf Die haben auch ne Angel, ne? Ich mach den Weg mal so ein bisschen breiter So Warte Die Annie-artige Fee Ja, 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 guck, guck wie er da ist mit seiner Angel Guck mal, wie er Ja, ja, guck mal Guck mal, wollen wir mal unsere Angel auch zeigen? Ja, guck mal, was ich hab Jetzt ist er nicht mehr da, er guckt einfach nicht Ach du, pass auf Oh, 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 oh Ja, er ist tot Hast du dein Schwert einfach weg? Alter Hast du dein Schwert jetzt weggebrochen? Nein, hab ich nicht, hab's wieder Oh Gott, oh Phil, komm, pass auf Oh, oh, pass auf, pass auf Achtung, der hat einen Gluten Der hat bestimmt ne Angel, oder? Ja, ja, der hat ne Angel Ja, guck ihn dir an Oh Gott Er hat ne Angel, wie er ne Angel hat einfach So, okay Ich guck mal ganz schnell, ob auf der anderen Seite jemand kommt Ne, kommt keiner Okay Äh, ich hab noch Spinnenweben, ne, die ich setzen könnte im Notfall Hast du Angst, Alter, passiert auch nix Äh, ja, wahrscheinlich Und dann fall ich schon dran Vor allem jetzt zu der mega spannende Fight hier gerade Der Angel-Fight Ich hab, ich fang den Kross an Wollen wir denn noch über den jetzt? Ja, ja, lauf einfach drüber, okay Ich zünde ihn an Wir zünden ihn alle an Oh, 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 oh Ja, komm Oh Gott Oh Gott, du hast eine schlechtere Rüstung als ich Ja, ich hau trotzdem ab Oh Gott Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Nein Okay Ja, die Buddys hacken doch Oh Ha, haben das gestorben Nein Ja, jetzt ist 1 plus 1 Du, ja, jetzt mu- Ne, du musst das jetzt verteidigen Ohne Witz, dann bekommst du von mir 3 Euro Okay, doch nicht Äh, doch, doch Nur Benni lief noch Als bist du da jetzt ernsthaft runter gewesen. Oh mein Oh mein Oh Die Hälte ist nicht dein fighter Naja, wenigstens bin ich in Ehre gestorben, Patrick. Wenigstens bin ich in Ehre. Hast du die geheime Chest schon aufgebaut? Nee, weil bei uns, wir haben glaube ich die Map, wo keine geheime Chest da ist. Da ist die. Doch, da hinten. Hä? Noch ein Stück weiter nach hinten. Okay. Ist die da? Ich habe zwei Enderperlen. Nice. Warte mal. Da ist schon jemand Basti und Killers. Alter. Okay, hier. Bitte schön. Ja, die waren beide Endermen. So. Okay, warte mal. Ja, warte mal, komm mal. Uns ist aber keiner. Ja, komm mal kurz her. Ich habe auch so für dich. Lass dir mal schnell rübergehen, bevor ihr mir das jetzt snackt. Hä, das habe ich doch schon. Hä, ja, aber die hat Schutz 1. Und warte, hast du schon dir schwer? Nee, habe ich nicht. Ja, dann mache ich dir mal ganz schnell eins hier so. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal eben ganz schnell darüber bauen, weil da ist noch kein Mensch gewesen. Aber es war jemand hier. Weil hier war nur eine Sache. Ja, ja, bestimmt, bestimmt. Die haben doch hier locker sich in die Mitte. Das waren bestimmt Killer Crafter und so. Keine Ahnung. Hä, die Kiste lässt sich nicht öffnen. Du musst da drüber den Block wegmachen. Ach so. Hä, ach stimmt. Hä? Geht nicht auf. Hä, was ist denn mit der Kiste los? Dann bauen die doch einfach ab. Irgendwie leckt der Server. So. Ich habe den ganzen Staff. Okay, ich habe auch noch eine Enderperle. Wir haben zwei Enderperlen, jeder. Alter, nice. Okay, so. Ich fände dir auch... Oh, da ist einer, da ist einer. Wo? 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 Da ist Zenos oben. Nein, pass auf. Weiß, weiß, kommt. Weiß, weiß, kommt. Okay. Komm hier rein, damit die uns nicht runterkicken können. Ne? Komm hier rein. Warte, da kommen noch mehr. Alter. Alter, jetzt ist hier gleich richtig die Massenschlacht hier. So. Warte mal. Wasser einmal. Wollen wir... Okay. Du hast eine Angel. Ich habe leider keine. Ja, warte mal, dann... Nimm meine Angel schnell. Nimm die schnell. Ich crafte mir ganz schnell eine neue. So. Zack. Äh... Zack, zack. Pass auf, ne? Pass auf. Ja. Boah, ach so. Das war es schon. Warte mal, sind die schon... Die sind schon einen weitergelaufen. Hä, haben die uns jetzt ignoriert? Lachen wir nicht. Oh, lol. Guck mal, da kommen sie. Da kommen die schon, da kommen die schon. Ja, wollen wir die runterkicken? Hallo. Oh nein, sie haben unsere Angel, glaube ich, gesehen. Ja, ich habe die nicht... Also, ich habe die nicht gezeigt. Ich hatte sie aus, dass sie in den Handschuhen... Sorry for this. Warte, dann lass einfach mal hier weiter rüber gehen und Bastille weiß, weiß und Sinus killen. Wollen wir uns doch rüberschmeißen? Äh... Warte mal. Ja, er ist halt jetzt alleine, ne? Wir könnten jetzt noch bei ihm... Ja, lass es rüberschmeißen. Okay. Ich habe verworfen. Ich bin drüben. Ich komme, ich komme. Zack, ich habe Weißhäus gekillt und jetzt noch Sinus. Geh weg, pass auf. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn jetzt einfach mies abgestaubt, aber... Warte mal, nimm die Pfeile, nimm die Pfeile mit, nimm die Pfeile mit. Nice, Alter. Da haben wir die mal eben kurz aus dem Game gekickt, ey. So. Ging jetzt relativ easy. Ja, warte mal. Wie viele Pfeile hast du jetzt, Patrick? Äh, zwei. So, und jetzt mache ich mir... Ach, du hast einen Bogen? Mhm. Okay. Ja, dann behalte den Bogen. Ich muss jetzt mal eben kurz Scheiße rausschmeißen. Guck mal, da drüben kommen Benni und Haupt nach. Oh, oh, ja. Ich glaube, die wollen es wissen. Warte mal, vielleicht... Ich sneak hier, damit die mich nicht sehen. Dann kommen die und dann zack. Hau ich die runter. Ich hau die jetzt. Ich hau... Ich boospam erstmal jetzt ein bisschen. Ah, er geht sich natürlich. Mit zwei Stück? Oh, oh, okay. Ja, die machen diese Taktik hier. Ist das nicht... Erkenne ich gar nicht. Yo. Voll in Lava rein, Alter. Ja, er ist tot, oder? Okay, der fliegt bei mir nicht weg irgendwie. Er heilt sich ein bisschen. Warte, ich komme mit. Er müsste sterben. Er müsste sterben. Warte. Und ich bin tot. Nein. Ich sterbe. Nein. Ich bin tot, aber ich habe hoch da noch geklappt. Ja, ja, ja. Alter, das war so knapp. Der war so low, weil er hat ja gebrannt, ne? Ja, moin. Ja, moin erstmal. Ja, moin erstmal. Servo. Ja, ja. So, okay. Der reiner Gallmund spricht. Okay, sorry. Was ist denn ab, ey? Reiner hat mich überfordert. Beim Reiner. Der reiner Zufall, ey. Ja, das ist ja echt mal so. So, so. Wie macht man denn das scheiß Ange? Äh, drei Sticks so hinlegen wie... Oh, drei Sticks. Upsala. Ja, das war schon fach. Drei Sticks so quer hinlegen, dass es halt drei ausfüllt. Und dann bei den zwei rechts, unten und in der Mitte einfach so ein Spinnwebending. Okay. Ach so. Ach nee. Ach so. Soll ich dir eine Angel craften? Ja, ich bin gerade zu dumm. Ja, gib mir den Dreck. Ich bin gerade zu dumm. Der weiter vorne ist. Oh, oh. Er wird sich jetzt so denken, ja, die haben eh keine Angel und so. Und dann kommen wir und dann machen wir so BAM. Warte, ich geh auch nur ein bisschen nach vorne jetzt. Damit er, damit er gesichert, also damit er sich sicherer fühlt. Ja. In seiner Sache. Ja, aber passt auf. Wir können ihn jetzt runterkicken, ne? Von da oben. Ja, aber das Problem ist... Achtung, Ari, komm, jetzt auch die hüpfen gleich rüber, die hüpfen gleich rüber. Ja, ja, ich wette es auch. Warte, jetzt, jetzt könnten wir ihn runterkicken. Mit der Angel. Ja, 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 warte, aber die Plattform oben ist, glaube ich, zu groß. Achtung, jetzt kommt Ari auch noch. Alter, guck mal, wie die hier kommen, Sneaky. Okay. Ich habe noch Cowwebs, die ich einfach setze, ne, wenn es losgeht. Ich habe noch einen Lava-Eimer, wenn es sein muss. Okay. Oh, er hat... Ja, okay, jetzt angeln. Ja, wir müssen ihn halt runterangeln irgendwie. Okay, einmal, zweimal. Ich glaube, er hat gerade eine gekraftet, weil er auf einmal weggegangen ist. Ach du, er kommt. Ja, und? Ja, wenn du runterfliegst, dann sagst du ihm, naja, gut. Du bist der... Ich flieg nicht runter. Oh, er ist runtergefallen, nice. Jetzt, jetzt schnell hoch, jetzt schnell hoch, oder? Ne, er kommt wieder, er kommt wieder. Ne, er kommt wieder. Oh shit. Ja. Oh shit, ja, jetzt bekommst du Angst, ne? Nein, nein, nein. Da ist einer bei uns! Weiß, weiß. Warte, warte, warte. Warte, renne ich einfach rein. Mann. Wo bist du... Pass auf! Ja! Ja, oh mein Gott, ich hatte noch ein Herz. Ich hatte noch ein Herz. Weißt du, wie knapp das war? Alter Schwede. Aber wenigstens habe ich den ein bisschen geschwächt. Äh, okay, Zinus kommt. Zinus kommt. Ne, oder? Ne, Let's Fill, Let's Fill kommt, Let's Fill kommt. Ja, warte, warte, warte. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Okay, wer ist das? Let's Fill. Ja, egal. Komm, drauf da. Nicht, dass die auf mich beide alleine gehen. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin fast tot. Oder so. Oh, irgendwer mischt dich noch ein. Alter, irgendwer ist da einfach... Hast du das gerade gesehen? Irgendwer ist gerade einfach wiedergekommen. Any Art. Und snake mich noch. Alles klar. Puh, scheiße. Und da steht Dr. Banks und Sissy und der wilde Kaiser steht auch. Also, ich nehme dann jetzt mal die Chests unter mir. Ja, und die neben dir am besten. Nee, das geht nicht. Ja, doch, ich habe die neben mir. Ich habe die neben mir. Warte, bist du da? Bist du da? Oh, nice, nice, nice. Ich bin in der Mitte. Ja, ich bin auch bei dir. Oh, nice, nice, nice. Ich bin gerade am snacken wie der... Ja, du brennst einfach. Krasses Dagee. Lauf einfach weg. Komm. Patrick, komm. Warte mal. Ist egal. Ist ja noch nicht Schutzzeichen dabei. Oh, jetzt aber. Okay. So, ich brenne jetzt aber nicht mehr. Warte mal. Ich muss dich eben kurz vom Trager entfernen. Warte. Warte, warte, warte. Lass mal eben einmal kurz chillen. Erst mal kurz überlegen, habe ich noch was für dich? Ich habe halt keine Brust, ne? Ja, ja, jetzt hast du mal eben zumindest einen. Oh, warte, da kommen Phil und Banks. Okay, aber die haben eindeutig... Die haben eindeutig schlechteres Equipment. Ja, oh Gott, außer... Warte. Hab Phil, hab Phil. Schreit auf dich schon wieder. Ja, aber ich habe Phil getötet. Ich habe Phil getötet. Nice. Bin aber leider auch gestorben. Aber du schaffst das. Du schaffst das. Jawoll. Achtung, Ari, Ari. Achso, nee. Ich habe vorhin das backdated. Achtung, Achtung, Ari, Ari. Hä, ich dachte gerade so, bitte, Alter? Wat? Ja, oh Gott, ich bin der Besten. Aber das war gerade mega der Longshot, Alter. Und, ähm, ich habe mal eben schon mal ein Steinschwert. Ja, geil, ich habe nämlich gar kein Schwert. Ja, wo bist du denn überhaupt? Äh, ich wollte dahinten zum Zug laufen. I can see you. Die Zugroute nehmen. So, okay. Ich habe da gar keine Route auf der Map, aber bin ich gut. Ja, oder halt zumindestens, keine Ahnung, so meine Standard-Route. Eine Route? Wo man so ein paar Kisten absenken kann. Oh nice. Oh nice, Alter. Äh, Bumsebiene, ich habe was für dich. Ich schmeiche dir ein Schwert hin. Ich bin hinter dir. Hast du es gesehen? Ja, das finde ich sehr nett von dir. Sehr, sehr nett. Nice. Ich habe sogar Schuhe für dich, neue Sneakers hier. Ja, ich habe auch noch neue Sneakers für dich. Oder sowas. Warte, ich habe noch das hier für dich. Mhm, danke schön. Und noch ein Käppchen. Oh, danke. Ich bin ja braun Käppchen. Nicht rot Käppchen, braun Käppchen. Ja. Ja, warte mal, hier. Ja, wo du gerade bist. Okay, nice. Und jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, wie man hier raufkommt. Oh Gott, da ist Vini. Ich höre den jetzt. Oh, hallo, nee, pass. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Ich kann nicht hier im Stich lassen. Hä, warte mal, wer kommt denn da? Nö, er rennt weg. Er rennt ja weg? Hat er schlechter das Equip? Nö. Oder? Nee, hat er ehrlich nicht. Also was jetzt? Wo ist er denn jetzt? Der ist weggerannt. Okay, ja, dann gehe ich jetzt auf meinen Turm. Ja, ich gehe jetzt auch auf meinen Turm. Ich komme nicht auf den Turm hoch, weil ich zu dumm bin, das Jump'n'Run zu machen. Hä, da ist doch gerade bei dir ist gar kein Jump'n'Run. Bei dir kannst du einfach an der Seite die Treppe... Doch, da ist ein Jump'n'Run. Nein, ehrlich mal nicht, das ist echt keins. Da musste man einen Sprung absolvieren, den ich nicht geschafft habe, okay? Ja, ich? Und das war... Okay, bin da. Du musst ja auch gerade einen Sprung machen, den ich nicht hinkriege. Wo bist du? Ja, bin oben. Und jetzt? Nice. Äh, da weiter auf der... an der Seite, oder? Äh, ah ja, stimmt. So, warte. Zack. Hier hoch und dann... Oh Gott. Hier rüber. Oh, ich bin oben. Okay. Doch nicht, man kann doch nicht hier weiter. Ich dachte gerade, man kann hier... Oh, ich habe Erfahrungsflashen bekommen. Nice. Okay, oh, da werden schon die Ersten gekillt. Wir sollten vielleicht mal weitermachen jetzt. Ja. Du kannst hier ins Wasser springen. Ah, da ist er hier! Hinter ist mir einer. Ich habe es gerade gesehen. Ich komme, ich komme... Oh Gott, Annie Art. Und Ari ist auch noch da. Ich bin tot. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Gar nicht gesehen. Oh, scheiße. Ja, ich hoffe, sie sterben. Scheiße. Ja, ich hoffe, sie sterben. Oh, Mann! 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 Vielen Dank.